Die Bäckerei Volkmann ist für uns der beste Bäcker in Gießen und Umgebung. Die Backwaren sind alle wie handgemacht und schmecken auch total gut und lecker. Die Auswahl ist riesig, immer frisch und auch reichlich vorhanden. Die Verkäuferinnen sind sehr freundlich, aufmerksam und kompetent. Erwähnenswert ist auch noch der Verkaufswagen, der täglich hier in der Umgebung unterwegs ist. Das Konzept des Unternehmens ist gut gestacht und passt. Bäckerei Volkmann – natürlich gut!